Ihr aufgeweckten Weiße, ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Hört bitte auf, für euer weißes Privileg um Vergebung zu bitten. Damit beeindruckst du niemanden. Du hilfst nicht den Schwarzen oder irgendeiner anderen Minderheit. Und deine öffentlichen Bekenntnisse lassen dich nicht besonders moralisch aussehen. Sie lassen dich unaufrichtig aussehen, was eine nette Art und Weise ist, falsch, heuchlerisch und betrügerisch zu sagen. Zunächst einmal, was ist überhaupt ein White Privilege? Weil du mit weißer Hautfarbe geboren wurdest, hast du all diese Vorteile, die ich nicht habe. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du ein Hypothekendarlehen bekommen kannst, das ich nicht bekommen kann. Hm, ich habe einen Kredit bekommen, übrigens zu einem tollen Zinssatz und ich habe das Haus bekommen. Warum sollte ein Banker jemand, der die Kreditbedingungen erfüllt, kein Geld geben? Will er kein Geld verdienen? Ich habe noch nie von so einem Banker gehört. Oder wie wäre es hiermit? Du kannst ein Geschäft betreten, ohne misstrauisch beäugt zu werden. Aber ich, als ein Schwarzer, kann das nicht. Nur, das ist mir noch nie passiert. Aber wenn ich ein junger Kerl wäre, dem die Hose bis zum Hintern runterhängt, könnte ich verstehen, warum ein Ladenbesitzer besorgt wäre. Ich war einmal Polizist. Glaubt mir, ich verstehe das. Wenn mir der Laden gehören würde, würde ich auch diesen Jungen genau im Blick behalten. Egal ob er schwarz, weiß oder sonst wie ist. Oder was wäre, wenn ich einen Laden hätte, der in der Vergangenheit von jungen schwarzen Frauen bestohlen wurde und eine junge schwarze Frau mit einem schlechten Verhalten hier reinkäme. Wäre ich dann verdächtig? Ja, das wäre ich. Wer wäre das nicht? Ich nenne das gesunden Menschenverstand, nicht Scheinheiligkeit. Aber man kann das auch anders sehen. Im heutigen Amerika haben Schwarze in vielerlei Hinsicht mehr Privilegien als Weiße. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Weiße alles tun, um den Schwarzen jeden möglichen Vorteil zu geben. Wenn zwei Menschen gleich gut für einen Job qualifiziert sind, wird das Schwarze ihn in der Regel bekommen. Große Unternehmen und angesehene Universitäten fallen übereinander her, wenn sie versuchen, talentierte Schwarze anzuwerben. Wenn du das leugnest, verleugnest du die Realität. Und genau das hat die Person getan, die sich die ganze Sache ausgedacht hat. Eine Professorin für Women's Studies am West Bay College mit dem Namen Peggy McIntosh. Sie schrieb 1988 einen Artikel über all die weißen Privilegien, die sie zu haben glaubte. Sie zählte 46 auf, darunter auch dieses. Ich kann Verbände in Hautfarbe wählen, die mehr oder weniger meinem Hautton entsprechen. Wow, was ein tolles Privileg. Bald nahmen sich andere der Sache an. Heute dominieren diese sogenannten Progressiven unsere Hochschulen und Universitäten, indem sie ihren Studenten diese absurde Vorstellung von einem weißen Privileg aufzwingen. Das ist wirklich schade, denn es bringt den weißen Studenten nichts Gutes und es tut schwarzen Studenten nichts Gutes. Aber ironischerweise haben die weißen Studenten die besseren Karten. Lass mich das erklären. Die Anerkennung des Right Privilege soll dir ein schlechtes Gefühl geben. Nur tut es das nicht. Es gibt dir ein gutes Gefühl, denn indem du dein Privileg als weiße anerkennst, erklärst du, dass du erleuchtet bist. Und als Tugendbonus macht es dich zu einem besseren Menschen als die Weißen, die ihr Privileg nicht anerkennen. Das weiße Privileg, das dir ein schlechtes Gefühl geben soll, führt dazu, dass du dich am Ende gut fühlst. In der Zwischenzeit ist der wahre Schaden bei den Schwarzen. Was weiße dazu bringt, sich gut zu fühlen, macht Schwarze wütend. Mehr als 50 Jahre nach dem Beginn der Bürgerrechtsbewegung lautet die Botschaft, ihr werdet immer noch unterdrückt. Wie kann dies nicht zu einer Opfermentalität führen? Jeder, egal welche Hautfarbe, der sich selbst als Opfer sieht, wird wütend. Ich würde nicht eine Sekunde leugnen, dass es Privilegien im Leben gibt. Die gibt es überall. Es gibt das Privileg der zwei Elternfamilie, das ist riesig. Es gibt das Privileg, in Amerika geboren zu sein. Es gibt das Privileg der guten Gene. Aber das Privileg der Weißen hängt das nicht von der Person ab. Nehmen wir mal das Beispiel. Ein schwarzer Anwalt und seine Frau haben ein Baby. Und eine methsüchtige, alleinstehende weiße Frau hat ein Baby. Welches Kind hat das Privileg? Das Weiße, weil es weiß ist? Na komm schon. Und jetzt kommt der Clou. Selbst wenn es wahr wäre, all diese Behauptungen über das Privileg der Weißen. Na und? Wird es auch nur eine einzige Sache ändern, die ich getan habe? Wenn Weiße sich dafür entschuldigen, dass sie weiß sind, soll mir das helfen? Inwiefern würde das helfen? Also seien wir realistisch. Das Privileg der Weißen ist ein Versuch der Linken, die Amerikaner nach Rassen zu spalten. Das ist alles Theorie und völliger Unsinn. Wenn du darauf reinfallen willst, nur zu. Dies ist ein freies Land. Aber versuche nicht, mir das einzureden. Ich bin ein Amerikaner, der mit seinen amerikanischen Mitbürgern unter vier Augen verhandelt. Versuche es. Es funktioniert. Ich bin Brandon Tattum für Prager University.